In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ardresen richtig messen. Um festzustellen, wie viel Ardresen Sie benötigen, verwenden Sie unseren Harzdeckungsrechner auf art-resen.com. Manche Benutzer erwärmen das Harz und den Härter in einem Wasserbad, um die Luftblasen beim Abmessen zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Harz oder Härter gelangt, da es sonst trübe wird. Nachdem Sie Ihre Handschuhe angezogen haben, gießen Sie genau die gleiche Menge Harz und Härter in einen Mischbehälter. Denken Sie daran, die Flaschen wieder mit dem richtigen Deckel zu verschließen. Schwarz gehört zum Harz und weiß zum Härter. Nun geht es weiter mit Schritt 3. Schwarz geht's. Schwarz geht's. Vielen Dank.